Stefan Uecker aus Gielching möchte wissen, was ist ein Wichswart? Naja, also man wichst ja Stiefel, damit sie glänzender werden. Und der Wichswart wird ein Wart. Ein Wart ist wie ein Zeugwart oder jemand, der wartet gewichste Stiefel. Also er wartet das Wichsen, der Stiefel, er wartet... Also ich glaube, es ist eher so, wenn ich gerne zu Hause weggehen will, sagt mein Freund immer zu mir, ich gehe noch kurz wichsen, warte schnell. Vielen Dank.